hier hüpfen mit den Ballast der Dürre nicht auf der schwierigsten Stufe die ich mir einstellen kann weil ich mir die nicht leisten kann aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt also wird es Zeit da rein zu hüpfen und schauen was da abgegangen ist schauen ob ich hier auf die Fresse bekommen werde die Fresse bekommen werde ja ja der einzige Weg ist herauszufinden es rein zu hüpfen und ich glaube es war keine leichte Mission nein wenn menschliche Gegner sind schaue ich oft auch sehr schnell ein aber uh die Map schaut wieder schön aus wo sind sie ich hüpfe mal rein einfach oder können wir besser anschießen ob das war ein Fünnrasch das Bullwerk ist down da muss ich rauf komm wie komme ich da rauf wo ist die Stiege da geht es oh je ich glaube ich habe mich schon in eine schlechte Position gebracht ja habe ich habe ich auf jeden Fall und ich bin schon fast tot oh je oh je hallo hallo wow 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 wo wo renne ich da rein ich bin ganz rauf gerannt und ich spaw immer mehr Gegner ja definitiv für ein guter Plan 15 Speedrunner ich habe mich schon mal in die schlechteste Ecke der Depp gebracht ganz so ganz so du ja Ich hab mich mal kurz konzentrieren müssen. Okay. Jetzt kommen die nicht nach. Ach, schaut nicht so aus. Oh, brennen durch gut. Dann gehen wir uns den Arzt so klitschen. Ein letzter Schuss. Besser. Ob ich schon eine Reihe weiterrennen kann? Probieren wir es einfach. Nein. Ei, ei, ei. Die zwei hätte ich auch noch wegräummen können. Komm schon, lass mich. Uff. Also es spawnt noch was. Könnte natürlich auch sein. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, weiter geht's. Oh, fuh, fuh. War schon mal ein... ...Gesiefer Start. Pff. Die spritzen sich. Iiiiih. Geht gar nicht. So. Wir haben wieder die Sniper ganz hinten. Gehen wir mal... ...Rechts am Rennen. Da gibt's kein Recht zum Rennen. Aber Sniper ausschalten gibt's. Auch nicht mit gutem Ziel zwar, aber... Oh. Habe ich gar nicht gemerkt, dass da so viele kommen. Okay. Wow. Wie viele Kreise wüssten oben hier rumschießen. Okay, okay. Da kann ich wieder rauf teleportieren. Schauen, wo die... ...verdammten Scharfschützen sind. Oh, ey. Ich glaube, ich habe mich in ein Sandwich... ...teleportiert. Ja, definitiv. Boah. Flucht. Ist das ein Boss? Das ist ein Boss. Aber der ist auch gleich da. Ja. Sehr schönes Ding. Oh, Muni. Gut versteckt. Genau im richtigen Augenblick aber. Einen großen Schaden, Bane. Kann ich kauf teleportieren? Yes. Dann kann ich den Rest auch zerlegen. Er hat seine Pistel rausgeholt. Und er hat es ihm... ...ob den Fäger geträgt. Eigentlich cool, aber... ...hat ihm grad nicht geholfen. Okay, okay. Wie geht es weiter hier? Oh nein. Ist Muni auch da? Ah, da ist die Muni. Sind ja schon da die. Ah, kommt schon. Nix da. Ich bin auf die richtige Seite teleportiert, wie Sascha hat. Und die haben noch gechillt. Besser gleich Dom hauen. Dann weiter. Und wieder auf die Seite hoch, wenn sie kommen. Genau da. Kommt schon, Jungs. Bordet euch doch raus. Nein. Wird das... ...keine vier Runden diesmal dauern? Oder wollen sie mich nur extra... ...lange warten lassen? Oh jei. Wuuuuh. Gut. Ja, ist er wartet. Was ist zum Zweifel? Bin da wieder neu gespawnd? Wuuuh. Das war nicht der wahre Schuss. Ah, den machen wir gleich weg. Der hatte kein Gesicht. Okay. Sehr schön. Reportieren? Nein. Munteren. Aber er konnte eh... Ha. Ah, netter Versuch. Dann noch schnell Muni holen. Und wieder im Kreis rennen. Äh, genug Cardio-Training. Mal Finger entspannen. Die Rüstung anschauen. Die schönen roten Handschuhe. Die vielleicht auch eine andere Farbe mal gehabt haben. Kann man gerade nichts sagen. Könnte Blut sein. Naja. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass da ein bisschen Blut drauf ist. Das schaut nach Blut aus. Warum dauert der Obelis zu lange? Ich glaube schon, lass mich reinhupfen. Und er ist gleich weg. Und er ist gleich weg. War's das? War wirklich der schlechteste, schwächste Obelisk, den sie bis jetzt gehabt haben. Vielleicht ist das einfach gut, dass dann das Level leichter ist. Kann man sich inzwischen die Stadion anschauen. Weiß ich, wie sie so lange dauert. Uh. Sehr artistisch. Mit Rippen. Fällt mir. Könnte man gleich zeichnen. Und da hinten ist die nächste. Amneld. Oh. Ich habe gerade gar nichts gesehen, was da rumgeblitzt hat. Die wollen wieder zurück in meinen Dom. Elektromagnetisches Feld geht gerade richtig ab. Wow. Da ist ja so ein Boss dabei. Der nicht. Aber er hat Schaden gemacht. Wo ist der Boss? Der auch nicht. Der auch nicht. Der auf keinen Fall. Der steht auf meiner Flagge. Ach komm. Das wird es wohl gewesen sein, den Mobilisken. Und ich hoffe, dass der End-Boss jetzt ist. Yes. Yes, yes, yes. Oh. Schön. Janna, I found an Oasis. It's something else. Almost like the anomaly never touched this spot. It's nice looking. Oh. Ah ja. Ich pospere die. Auf die ich trotzdem gleich reinhupfe. Und schauen, ob ich. Okay. Ich glaube, ich habe keinen Schaden gemacht. Okay. Ich habe einen Sniper. Ich habe einen Sniper. Ich habe einen Sniper. Ich glaube, ich habe einen Sniper gemacht. Ich glaube, ich kaum. Oh, wow. Was ist das? Mein Tod. Wo sind die Kleinen? Hopp. Ich kann jetzt erst. Okay. Okay. Ich habe einen Sniper, Outrider. Oh. Ich habe ihn. Aber du hast es weniger. Ich weiß, dass du nächste Mal succedierst. No. Ich glaube, ich kann. Oh. Oh. Tschüss. Tschüss.